Dieser toll ausgestattete Ford Fiesta Sport mit dem EcoBoost Motor könnte schon bald vor Ihrer Tür stehen. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Große und anklappbare Außenspiegel bieten beste Übersicht. Spezielle Front- und Heckschürze und Seitenschweller wirken sehr sportlich. Ebenso der schicke Heckspoiler. Schicke 17 Zoll Leichtmetallräder unterstreichen den sportlichen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die überheizten Sportsitze bieten jede Menge Seitenhalt. Fußmatten und Einstiegstierleisten gibt's dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Fiesta Sport schützt Sie mit ABS, ESP, Airbags, Nebellampen vorne und der heizbaren Frontscheibe. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Sony CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem super schicken Ford Fiesta Sport und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Wismann freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.